Abflugbereit Backworker Foxera, Echo 2.5, Abflugbereit über Whisky. Delta Foxera, rollen Sie zum Abflugpunkt. Zum Abflugpunkt Foxera. Das ist eine Display-Threshold. Ja. Nimmst du immer alles? Nein. Die Jet nehmen das. Die schweren Jets beispielsweise. Windows closed. Windows closed. Windows closed. Delta Victor Echo, Standby. Foxera, verlassen Sie über Whisky 2 und Whisky 1. Windvariable 2 Knoten, Piste 2.5, Start frei. Piste 2.5, Start frei, verlassen Sie über Whisky 2 und 1. Foxera. Delta Ultra Victor Echo, Teil erlob. Siehst du, er dreht hier. Das ist ein Beschleunigungsfehler. Delta Victor Echo, AirTek. Delta Victor Echo, AirTek. RPM 2400. Rotate. Delta Victor Echo. No wind. Delta Victor Echo, No wind. Delta Victor Echo, Teil derzeit approved. QN1018, 2.5. Lift off. Time with 75. Runway heading. Runway heading. Go to the left, to the motorway. Stay north of the motorway. Take off time, 06. Runway heading. Hier siehst du unseren Zusammenstoß, also das Larm. Wir sehen die andere, die Sierra Delta hier drüben ist. Die hat das gleiche Gerät. Jetzt ist sie out of range. Es ist also keine Gefahr mehr. Wenn wir dann 1000 ft AGL sind, dann beschleunige ich auf 80. Sind das Meilen oder Knoten? Knoten, ja. Das steigt gut. Gute Performance. Ja, der Motor ist neu. Wir haben jetzt gerade auch die Zündung alles neu einstellen lassen. Wir hatten Anlassprobleme. Dann hat sich herausgestellt, der Zündzeitpunkt stimmt ja nicht. Links unter uns ist Augsburg. Hier hinten mit dem Lech. Augsburg-Turm-Foxerra. Würde gern bei Whisky 2 auf Kurs gehen nach Süden verlassen. Delta-Foxerra nach Whisky 2 Süden genehmigt. Nach Whisky 2 nach Süden genehmigt, Foxerra. Gehen wir auf 2,5 wieder runter. Ja, ist okay. Das wäre also hier jetzt dann bei diesem... An dieser... Bevor der Wald anfängt, können wir jetzt bereits nach Süden gehen. Schauen wir mal in 2.500 wenn das okay ist. Bleibt noch bis rechts von der Ortschaft hier. DSTD trete den rechten Queranflug, Piste 25 zum Aufsetzen und Durchstarten. DSTD, Windvariable 2, Knoten, Piste 25, frei aufsetzen und durchstarten. Piste 25, frei aufsetzen und durchstarten, DSTD. Das nächste wird die Autobahnzeit bei Würthof, reichen wir in 6 Minuten. Landsberg, Rara, DECO, ECO, FG, guten Morgen. DECO, ECO, FG, Landsberg, Rara, guten Morgen. DECO, FG, unterwegs von Augsburg in Augsburg, momentan südlich in Richtung Füssen in 4700 Fuß, auf QNH 018 mit Squawk 4277. Westlich von Ihnen wahrscheinlich irgendwas so 8 bis 10 autische Malen. DFG, ich habe Sie identifiziert. Verbleiben Sie via WMC. Radarunterstützer Flug-Informationsdienst beginnt jetzt. Alle Steuercrude und Föhnanweisung sind Empfehlung. FG, bleibt VMC. Und sind Radar identifiziert. FG 807, for Johnson Correction, turn left by 5 degrees. Also drüben ins Verkehr, siehst du diese Transalt? Ungefähr auf gleicher Höhe, bisschen tiefer, dort hinten ungefähr auf 10 Uhr Position. Das ist eine Transalt. Mountain Flying, also möglichst immer nah am Berg. Und da hinten ist dann der Plansee. Nach der Garmisch entlang. Warte mal auf, wenn du willst. Machen wir das doch. Machen wir das doch. Ja, machen wir das. Das macht mir schon Spaß, muss ich schon gestehen. Was anderes. Rücken Info, Delta Echo, Bravo, Yankee, Zulu, hallo. Aber die mal wieder an, wenn da einer entgegen schießt. Ja, ok, genau. Who is calling, this is Ründchen 4 is. Delta Echo, Bravo, Yankee, Zulu, lokaler Trainingsflug. Letzte bekalte Position, 5 Minuten. Vor 5 Minuten Starnberger See. Bitte Positionsbestimmung. Delta Echo, Bravo, Yankee, bitte nochmal Flugzeugtyp. Zulu, Bravo, Yankee, Zulu, Flugzeugtyp, SF 23, wir sind von Obi gestartet. Das ist verstanden. Das ist Garmisch, ja? Ja, ist Garmisch. 377 und Eiden. Okay, 377 und Eiden. 377 und Eiden. Yankee, Zulu, QDM. Gebe ich Ihnen mal für Oberpfaffenhofen. Steuerkost 012 und ungefähr 22 Meilen. Vielen Dank. Schönen Tag, wieder doch. Ja, genau. Maximal. Heider 72 Tango, join right traffic circuit, wind variable 4 knots. Ich höre mich aber erst mal ein. Fürstenfeldbruck ist da hinten irgendwo, oder? Ja, genau. Ja, genau. Augsburg, Delta Echo, Echo Fox, Sierra, QSG. Delta Echo, Echo Fox, Sierra, Augsburg. Echo Fox, Sierra, CS972 aus Augsburg, 15 Meilen östlich mit Sierra, zur Landung. Delta Fox, Sierra, fliegen Sie in die Kontrollzone über Sierra 1. Nächste Sierra 1, Fox, Sierra. Delta Victor Echo, 10W-25, Vatatiko. Delta Victor Echo, Wind variable 3 knots, 1W-25, Kletzatschenko. 1W-25, Kletzatschenko. Wir haben also, sind jetzt auf beide. Wir können, die sind aus. Das ist an, das ist an, das ist an, das ist in Ordnung. Mixer dann reicht, aber erst bei Sierra. Loser dann in die Kontrollzone. L-25, Vatatiko. L-25, Vatatiko. L-27, Tango, Roger. Ich habe Platz, habe ich noch nicht in Sicht. Oh ja, okay. Okay, hier Sierra, das ist gut zu sehen. Fox, Sierra, Sierra 1-3000. L-F, fliegen Sie direkt zum Endernflug, Piste 25. Direkt Enderflug 25, Fox, Hedda. BD-72, Tango, Windvariant, D-75. Bleib erst mal hier rüber, auf dem Kurs von ungefähr 300 oder 320. V-E, continue straight ahead, I call you for the right turn. V-E, continue straight ahead, you call me for the right turn. Langer Enderflug akzeptiert, so ungefähr 4 Meilen draussen. V-E, maximal 4 Meilen genehmigt. Okay, maximal 4 Meilen, Enderflug, Fox, Hedda. A-7 to Tango, the helicopter is continuing straight ahead, you may overtake on the right side. Rotter, traffic is inside, Hedda 7 to Tango. Ja, genau, so ist gut. V-E, turn now right crosswind, you are number 3, number 2 is scope 115, behind you also right crosswind. V-E, turn in right crosswind, and we are number 3, traffic is inside. Fox, Sierra, Windvariable 3 Knoten, Piste 25, Landung frei. Landung frei, 25. Exist, da haben wir alles drin, das ist gut. Ja. Alle Passagiere angeschnallt. Ja, mach du das, wie du das meinst. Zwei Weiß, zwei Rot, das ist perfekt. Ja, genau, auch das ist perfekt, muss ja sein, beides. Zwei Weiß. Fliegt sie noch, guck mal, ist relativ schnell aufgesetzt. Und leichter Rückenwind, siehst du? Hi, der 72 Tango, roger. Foxxera macht über Bravo zum Abstand. Ach, da ist ein Helikopter. Soll ich über Alpha rausgehen? Foxxera, positiv Alpha. Geht über Alpha raus, Foxxera. Und gehen bis zur letzten Halle. Ja, taxi du mal, du kennst welche aus. Okay, wir haben Control. I have control. Delta ECO, Windvariable 4 North, runway 25, clear touch and go. Delta ECO, clear. Hey, cool. Das ist sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.